Die Dynastie ist im Untergang geweiht. Das Hexagramm ist das Symbol für Täuschung. Die Götter sind erzürnt. Schrecklich erzürnt! Ich kann dir helfen. Der Herrscher über alle Reiche zu werden. Die Menschheit ist in großer Gefahr. Ich werde das Feng Shen Bang überbringen. Und die gesamte Menschheit wird gerettet. Diese Reise nach Saoge könnte auch eine Falle sein. In meiner Abwesenheit liegt Chiki in deiner Hand, mein Sohn. Und ganz egal, was auch passiert, du darfst Chiki nicht verlassen. Teuflische Verführerin. Weiche von dieser Welt! Ihr müsst Saoge verlassen! Ihr seid der zukünftige Herrscher über alle Reiche! Anscheinend habe ich wohl eine Bestie zum Leben erwähnt. Letzten Endes ist es nicht von Belangen, wer dein Vater ist. Ja, du hast mir einst das Leben geschenkt. Jetzt kriegst du es zurück! Was allein zählt ist, wer du bist, Chifa. Pass. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017